Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist passiert? Was ist passiert? Was tust du? Wo bist du? Hilfe! Mädels, habt ihr das gehört? Das war Dianas Stimme. Ich denke, sie ruft um Hilfe. Lass uns hingehen. Nein! Lass mich raus! Das ist komisch. Ich kann nicht sehen. Mädels, ich bin mir sicher, dass wir uns das nur eingebildet haben. Warum machst du das? Oh nein! Mädels, schau auf deinen Wallpool. Lass uns reingehen. Sicher. Das ist toll. Mädels, hilf mir! Hilf mir! Nein, nein, nein! Mädels, wartet, wartet, wartet. Hast du das gehört? Das war Dianas Stimme. Ja, und sie ruft nach Hilfe. Komm schon, komm schon. Bitte, kommt her! Mädels, unsere Kleider! Warum willst du uns immer wehtun? Lass uns nicht! Mädels, wartet kurz. Schaut, hier glänzt etwas. Genau hier drin. Schaut! Was ist das? Das ist Dianas Krone. Und warum war sie im Wasser? Hilf mir! Nein! Nein! E? Was war das? Komm schon, lass uns nachschauen. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Mädels, hier sind Fußabdrücke. Das heißt, dass jemand ins Haus gegangen ist. Wir müssen Dianas retten. Komm schon! Was tust du? Nein! Nein! Die Fußspuren führen zum Zaun. Mädels, das könnte gefährlich sein. Das ist egal. Wir müssen Dianas retten. Mädels! Hilf mir! Hilf mir! Mädels, das sind mehr Fußspuren. Was machen wir jetzt? Mädels, schaut! Das sind Reifenspuren. Und was machen wir jetzt? Hm, beruhigt euch, Mädels. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie die Mädchen mich finden! Ich weiß nicht, wo er mich hinbringt! Ich muss ihnen Spuren hinterlassen! Hier! Der Schuh! Okay! Okay! Kommt, Mädels! Schnell! Diana könnte in Gefahr sein! Okay, kommt, kommt schon! Mädels, stopp! Ich denke, ich habe etwas gesehen. Ich glaube, das ist Dianas Schuh. Vielleicht hinterlässt sie uns Hinweise, um sie zu finden. Es ist viel zu heiß! Und ich bin wirklich am Verhungern! Kommt, kommt schon! Hört auf zu jammern! Wir müssen Diana finden! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Nein! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Mädels, helft mir! Hi, Noah! Was ist dir passiert? Was ist passiert? Geht es dir gut? Mädels, ich habe meinen Knöchel verstaucht. Und was machen wir jetzt? Wie sollen wir weitermachen? Komm schon, Anoah! Wir müssen dranbleiben! Ich muss ihn noch was hinterlassen! Das könnte ich ihnen hinterlassen! Ja! Die Heizkette! Okay! Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Mädels, stopp! Ich kann nicht mehr! Hä? Was ist das? Das ist Dianas Halskette! Was machst du? Was machst du? Schaut! Schaut zu dem Auto! Es sieht komisch aus! Lasst uns nachschauen! Wir gehen! Ich muss... Ich muss raus! Nein! 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 Wir müssen einen Hinweis finden! Kommt schon! Schaut euch um! Mädels, es ist offen! Es ist offen! Was tust du? Lass mich! Nein! 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 Mädels, ich habe etwas gefunden! Da ist Dian auf dem Foto! Aber was ist mit dem Schlüssel? Vielleicht öffnet er das Haus! Kommt, kommt! Lass es uns probieren! Hä? Was ist das für ein Ort? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Ja, ich habe eine Idee! Mädels, Hilfe! Das ist Dianas! Kommt schon! Hilf mir! Mädels, ich glaube, die Stimme kommt von dort! Kommt schon! Kommt, kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Ich hab's! Arme Diana, hat dir jemand wehgetan? Ich bin sicher, dass hier im Haus ist! Wir müssen einen Weg hineinfinden! Da ist eine Türe! Wir müssen versuchen, sie zu öffnen! Es geht nicht auf! Mädels, Mädels, habt ihr das gehört? Kommt, los jetzt! Mädels, das ist unsere Chance, reinzukommen! Nein, nein, das macht mir Angst! Es sieht aus wie ein Spukhaus! Ja, aber wir müssen rein! Wir müssen sie retten! Kommt schon! Mädels, Diana war auf jeden Fall in diesem Käfig gefangen! Aber sie hat es geschafft, zu entkommen! Du wirst das nicht glauben! Sind die Haare von Diana? Mädels, ich habe euch gesagt, das ist ein spukendes Haus! Wir müssen unsere Augen offen lassen! Diana könnte überall sein! Mädels, ich habe Taschenlampen gefunden! Carolina, du hast mich erschreckt! Mädels, lass uns weiterschauen! Kommt schon! Ähm, was wenn hier Ratten sind? Oder Kakerlaken? Ich habe ein schlechtes Gefühl! Ich mag das hier gar nicht! Mädels, Mädels, konzentriert euch, okay? Wir müssen sie retten! Mädels, Mädels, was war das? Ich weiß nicht, rennt! Kommt schon, rennt, 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 hier, nach hier lang! Mädels, das Geräusch kam von dort! Ich wusste, das Haus ist besessen! Aber was machen wir? Schaut! Es bewegt sich, es bewegt sich! Carolina, was tust du? Bist du dir sicher? Nein, aber wir müssen es versuchen! Mädels! Es ist Diana, es ist Diana! Wo warst du? Was ist denn passiert? Der Hacker will uns verletzen! Der Hacker? Ja, er hat mich in dem Haus eingesperrt! Aber ich verstehe das nicht! Ich habe Angst! Du meinst... Ihr?